Wo ist Arlette? brüllt Ivar, während er den nächsten Banditen zerschmettert. Du schleppst dich bereits an der Stelle, wo sie verschwunden sind, in den Wald und ignorierst den Kampf hinter dir. In einem Nebel von Schmerz befürchtest du, dass du ihre Spur schon verloren hast. Da hörst du Arlette in einiger Entfernung schreien. Und dann nichts mehr. Du kämpfst dich durch das Unterholz. Auf einer kleinen Lichtung sitzt Arlette mit dem Brücken an einen Baum. Ihre Hände und Kleider sind blutig. Sie starrt abwesend vor sich hin, ohne zu blinzeln. Leben ihr liegt Onevs Leiche mit einem Pfeil im rechten Auge, wohl von Hand dort versenkt. Sie sieht in deine Richtung dann zu Onev. Ich habe ihn getötet, sagt sie. Arlette, bist du in Ordnung? Du zuckst ebenso vor Schmerz zusammen wie bei Arletts Anblick nach ihrem blutigen Kampf gegen Onev. Nein, ich... 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 Ich bin... Ich bin nicht verletzt. Ich... Ich hatte keine Wahl. Vater! Deine Brust! Du blutest! Plötzlich ist sie an deiner Seite und übt Druck auf die Wunde aus. Ich kann... Ich kriege das hin! Wo ist meine Nadel? Otlife! Irgendjemand! Iva! Ich habe sie gefunden! Du siehst noch Eivind, Iva und Arlette über dir stehen. Dann wird alles schwarz. Wird er... Wird er es schaffen? Du eröffnest die Augen, als du Arletts Stimme hörst. Normalerweise bei so einer Wunde. Ich hoffe bloß, dass ich genug tun konnte. Ich... Ich werde es überschleben. Vater! Arlette hält sich davon ab, dir um die bandagierte Brust zu fallen. Du ziehst stattdessen deinen Kopf an sich. Und ziehst stattdessen deinen Kopf an sich. Das Sprechen fällt dir leichter, als du dachtest. Otlife? Wir hatten Glück, dass Iva hier war. Sie wird es überstehen, obwohl sie eine schlimme Wunde hat. Wir haben die meisten dieser verräterischen Hundesöhne getötet. Der Rest ist in die Wälder geflüchtet. Ich konnte eine Menge Leuten das Leben nicht retten. Du hast getan, was du konntest, Ivin. Niemand erwartet, dass du Tote auferstehen lässt. Ivin legt sich eine Hand auf die gerunzelte Stirn. Warum hat Onef das getan, Rook? Er hat mit dir gesprochen, direkt bevor es passiert ist. Er hat es die ganze Zeit vor. Ich glaube, so viel ist klar. Eckel hat selbst ein gutes halbes Dutzend von Onefs Männern getötet. Er hat mir gesagt, dass Frostweller die ganze Zeit von Onef regiert wurde. Onef hat Frostweller verlassen, als sich eine bessere Gelegenheit zu bieten schien. Er und Eckel sind wohl keine Verbündeten mehr. Eckel war immer nur der bellende Hund, den man im Hof hat, um herauszufinden, wer die Feinde sind. Es war kein Zufall, dass Onef es auf diejenigen aus Guga abgesehen hatte. Er muss gedacht haben, dass er sich ohne uns einfach das Banner schnappen könnte und der Rest würde ihm folgen. Oder, dass wir schlimmstensfalls die Vorräte nehmen und die anderen als Wüterköder da lassen würden. Welche Vorräte? Wir müssen vorsichtig sein. Wir können nicht mehr einfach jeden in die Karawane aufnehmen. Wo willst du die Grenze ziehen, Ivar? Ich weiß es nicht, Rook. Wirklich nicht. Aber das ändert nichts daran, dass wir von Brüller verfolgt werden. Der Sumpf um Siegerholm könnte einen Vorsprung für uns bedeuten. Aber wir müssen weiter. Jede Phase deines Körpers schmerzt, aber Ivar hat recht. Die Straße ruft. Die Karawane bricht bereits das Lager ab. Oddlife! Was macht die Verletzung? Du bemerkst, wie Oddlife zusammenzuckt, als sie sich erhebt, um dich zu begrüßen. Der geht es schon viel besser. Als ich sah, wie es passierte, war ich sicher... Ach, ich bin wirklich froh, dass du... Hättest du mich vermisst, Rook? Sie lächelt. Ohne Eivind wäre das alles gewesen, was du hättest tun können. Aber so musst du mich noch etwas länger ertragen. Es tut aber noch weh, das würdest du nicht glauben. Oh, vielleicht doch. Ich hab gehört, du hattest auch mal eine Stichwunde. Ich schätze, es hätte schlimmer ausgehen können. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich bin manchmal einsam, seit mein Mann tot ist. Als wäre ich allein, obwohl ich von so vielen Leuten umgeben bin. Nicht, dass ich nicht genügend Sorgen hätte. Ich bin froh, dass Salette um mich ist. Und du, Rook? Was hältst du von der Karawane? Du meinst, ob wir anfangen sollen, Leute rauszuwerfen? Schwierige Frage. Normalerweise wäre ich die Erste, die dich für so einen Vorschlag streng angucken würde. Andererseits habe ich ein Schwert in den Rücken gekriegt. Odd Life denkt nach, dann seufzt sie. Schick niemanden weg. Aber pass gut auf Alette auf. Ich lass dich etwas ausruhen. Gut, danke. Ich nehm dich beim Wort. Weißt du, du kannst mir gerne Gesellschaft leisten. Wenn ich etwas wacher bin. Ich meine, wir reden später. So, so. Eckel. Du Wahnsinniger. Sian, Sian, wer da immer noch nicht tot ist. Wie läuft es denn, Rook? Ich weiß nie, was du denkst, Eckel. Wie ich höre, hast du geholfen, die Verräter zurückzuschlagen, als Onef uns angegriffen hat. Und seitdem frage ich mich, was hattest du davon? Ich bin dich schwer zu verstehen. Warum fragst du mich nicht einfach? Warum hast du uns nicht vor Onef gewarnt? Habe ich das nicht? Wie oft hätte ich ihn denn als Verräter bezeichnen müssen, bis du verstanden hättest? Was hätte ich sagen sollen? Vorsicht! Onef wird deine ganze Familie umbringen. In die Details hat er mich nicht eingeweiht. So war er schon immer. Es hätte mich nicht mal gewundert, wenn er versucht hätte, dich dazu zu kriegen, mich zu töten. Aber das muss ich nicht wissen. Also behalte es für dich. Warum bist du bei ihm geblieben? Ich weiß es nicht, Rook. Ich weiß es einfach nicht. Für die Familie macht man komische Sachen. Weißt du, was am schlimmsten ist? Seit er meine Schwester geheiratet hat, sind wir verwandt. Sie ist eines Tages an einem Fieber gestorben. Nein, ist sie nicht. Sie war nicht krank. Er hat sie umgebracht. Ich weiß nicht, warum er das getan hat. Womöglich war ihm einfach danach. Ich war so wütend. Ich war so zornig, dass ich... Er sollte betteln. Ich hätte ihn ohne Federlesens töten können. Aber das hätte nicht gereicht. Ihm sollte schlecht sein deswegen. Er sollte sich die Gedärme rauskotzen. Und irgendwie wurde das so... Im Lauf der Zeit. Es war ihm immer egal. Und ich gab auf und tat, was er wollte. Ich weiß nicht, wie das geschehen ist. Aber als ich euch in Frostfell angegriffen habe, lasst mich einfach sagen, dass das nicht meine Idee war. Wir können einen guten Kämpfer gebrauchen. Ich hätte viel mehr von ihm töten können, wenn mir nicht die Hände gefesselt gewesen wären. Wenn du das meinst, dann muss ich also nicht mehr dein Gefangener sein, Rook. Du lässt mich also einfach mit meiner eigenen Axt rumlaufen und so weiter. Das heißt nicht, dass ich dich nicht im Auge habe. Das kann ich akzeptieren. Du bist ein guter Mann. Ich muss los. Und ich muss mal pissen. Du bist hier nicht der einzige beschäftige Mann. Weißt du? Du schüttelst den Kopf, als Eckel sich vom Lager entfernt. Wir müssen halt die Verluste langsam wieder ausgleichen. Ich glaube nicht, dass Eckel so ein guter Kämpfer ist, aber... Vielleicht ist er auch nicht der Schlechteste, wenn es hart auf hart kommt. Da wir sowieso keine Vorräte haben, brechen wir auf. Ich hoffe, es verhungern nicht allzu viele. Oder wir finden jetzt Nahrung? Nein. Eine Gruppe von Männern mit breiten Schultern und dicken Mänteln nähern sich. Das könnten gesetzlose sein, hörst du, und diese Einschätzung verbreitet sich rasch in der Karawane. Einer der Fremden spricht euch an. Wir haben nichts mehr zu essen. Jede Hilfe wäre willkommen. Seine harten Augen lassen nicht auf seine Motivation schließen. Du überlegst, was du jetzt tust. Sie fragen, was sie hier machen. Die Männer werden nervös und den Blösen robuste Waffen. Eure Krieger treten vor, bis der Anführer eine Hand ausstreckt und laut sagt, Die letzte Gruppe, die uns Fragen gestellt hat, hat versucht, uns umzubringen. Hat es versucht. Also halten wir es einfach. Helft ihr uns oder nicht? Wir haben nichts. Deswegen können wir denen nicht helfen. Wir können nicht zu essen entbehren, sagst du dem Fremden. Der Mann nickt langsam, dann hebt er kurz eine Hand. Plötzlich sirren Pfeile durch die Luft und in der Karawane ertönen Schreie. In der Aufregung greifen sich die Männer, was sie zu packen kriegen, und türmen. Sie sind fort, ehe irgendeine Gegenwehr koordinieren können. Als er die Verwundeten verbunden hat, beklagt er den Verlust mancher Lebensmittel und einiger Klarmitglieder. Sind wir nur noch von Arschlöchern umgeben? Ich meine, die konnten eh nichts holen, weil wir nichts hatten, aber trotzdem. Die Dörfler wissen nicht, welche Zerstörung ihnen bevorsteht. Wir haben nur ein paar dunkle Gestalten in der Ferne gesehen, sagen sie dir. Abgesehen von ein paar Familien mit kleinen Kindern zögern sie, ihre Sachen zu packen und sich euch anzuschließen. Ja, das ist ja schön und gut, aber... Achso. Okay, das sieht schon mal besser aus. Stopp. Lass uns mal gucken, wen ich befördern kann und was es kostet. Das kostet... Wie viel kostete das? 20, ja, nee. 10. Sekunde. Wen haben wir hier denn noch? Outlife kostet auch 20. Dann könnte ich aber die tollen Sachen anziehen, aber dann habe ich nichts zu essen, dann verhungern mir wieder Leute. Komm, Nid, dich befördern wir einmal, weil du echt gute Arbeit leistest. Dann nehmen wir Hugon seine Waffe ab und dann bekommt die Nid. Das sieht gut aus. Allett, was hast du denn da? Eine teure Beförderung, das ist mir schon klar. Nein, ich möchte nicht befördern, ich möchte wissen, plus 1 Rüstung, plus 1 Stärke, plus 1 Willenskraft. Das könnte ich Iva geben. Äh, wo haben wir es denn da? Es ist zwar explizit Allett's Armband, aber... So, und jetzt kaufen wir das Dorf leer. Eine Woche, muss reichen. Solange es jetzt nicht sofort wieder irgendjemand überfällt. Leute, ich weiß, eure Moral ist im Arsch, aber was soll ich denn machen? Plötzlich und ohne Vorwarnung setzt Schneefall ein und wird rasch dichter, bis man seinen Vorderwand nicht mehr sehen kann. Du rufst, dass alles anhalten soll, aber der heulende Wind übertönt dich. Es vergeht einen Tag, bis der Schneesturm endlich nachlässt und man in den Schneewehen wieder einzelne Leute ausmachen kann. Rasch zeigt sich, dass ihr nicht mehr vollständig seid. Bei einer raschen Suche in der Umgebung werden nicht alle fehlenden Clanmitglieder gefunden. Dann machen wir ein Leuchtfeuer. Sammelt alles, was sich verbrennen lässt, rufst du den Leuten zu. Wir warten, dass die Vermissten uns finden. Leider könnt ihr kaum trockenes Holz zusammentragen und das Feuer kommt auch nicht recht in Gang. Schließlich wird euch klar, dass niemand mehr kommen wird und ihr macht euch wieder auf den Weg. Ihr folgt einer Blutspur auf einer Lichtung und findet dort einen großen, verwundeten Wal. Er nagt an seinem Schild, flucht vor sich hin und schlägt hin und wieder mit dem Knüppel auf den Boden. Würde er nicht so stark bluten, würdest du ihn sich selbst überlassen, ohne zu zögern. Wir können dir helfen, wenn du willst. Sofort ist der Wal auf den Füßen und schwingt seine massive Waffe. Du springst in Sicherheit, als der Prügel einen Baumstamm durchschlägt. Euer Trip löst sich auf, um dem fallenden Holz auszuweichen. Als ihr euch erholt habt, ist der Wal fort und hat wieder nur eine Blutspur hinterlassen, der ihr diesmal aber nicht folgt. Ich bin ein Füßen und schwingt ein Füßen und schwingt ein Füßen. Ich bin ein Füßen und schwingt ein Füßen und schwingt ein Füßen und schwingt ein Füßen.